Hier bei Dante Med bei Dante Achso, da sitzen alle Ja Das schöne ist, dass ich dich auch setzen Ich setze Ja, jetzt, eben nicht Wisst ihr was? Geht zurück zu eurem Baum Ich hole das nicht Jetzt kriegst du hin diesmal Doch, doch Definitly Weil ich habe mit euch und they Ich habe Angst Du warte deine drei Minuten Dann stehst du gleich wieder vor uns und machst den Plop Ich weiß gar nicht, wie Plop geht Noch nicht mal im Stealth Äh, also Dann gehen wir zurück jetzt oder was? Ja, zurück Jetzt ist es im Stealth Jetzt finde ich nicht mehr hin Das ist dort, wo alle Mobs schon tot sind Achso, ich habe es gefunden Das ist groß, er ist weiß Es ist ein Moby Baum Kommt der jetzt auch irgendwann nochmal? Lässt ihn da hinten stechen Das ist ein Pflanz Ja genau, er hat sich woanders hingestellt Wieder Bum Wieder Bum Nimmst du das jetzt echt oft? Ja Auch unsere Gespräche? Ja, alles Du weißt schon, der Missile überzapft wird ja Der ist für normale Menschen nicht zu begreifen Doch Wird auch bei YouTube reingesetzt Dante und Tu Hey, ich überlege noch gerade Da kann man endlich mal sehen Wie viel ich in einen DP-Rat gequatscht habe Und Quassel darf ich Könnte ich mal die Wörter zählen oder so Also ganz echt, das kann ich dir jetzt auch schnell erzählen Das sind so die kompletten vier Stunden durch Ey, so lange wollte ich aber nicht brauchen hier Ey, so lange wollte ich nicht rauchen So lange will ich nicht brauchen, Mann Ey Ich bin Sachsen, du redest um ihn Leidlich, also komm Machst du einen Schuss weg, Mann Am meisten hat das Spaß, dich zu hackern mit laufender Kamera Du bist so blöd Hier, sag mal, warum kommt eigentlich eine Relative-Grollwunde? Wenn sich jemanden auffällt Ach, soll ich da an? Ne, nein, 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 nein Silence, I got you Schon drei mal gezogen hast Ja, deswegen, ich weiß Ne, aber doppelt drauf Reimer schon fast gefüllt Das wird ja keine Lust geben Ja und alle, ja und alle Und dann alle, die dieses Gespräch haben jetzt bitte Ja, wir sind Noops Ach wir haben uns alles dran, das ist bitte Ich kann mich nicht mehr Es kommt ein Reden, wer ist es schlurk? Die schlurks Schlurk Schlurks Das ist, das musst du Schlurk 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 Nee, ich weiß nicht, sorry Schlag Schlag S, S, C, H, L, A, H, G, A, H, G Doog Schlag Nee, das geht auch nicht Mensch Nee, Schlag heißt Schlag Oh, das war wirklich nicht eingesetzt Oh, ich kann looten Hat der gerade nicht sein komischstes Stinks gemacht? Nein, gar nichts Gar nichts Dafür ist auch gar nichts drin Nein, ich häng mich mal kurz an einem von euch dran Nicht an mich an Wirklich, ich häng mich an Mars dran Mars ist ganz an dir Ich bin gleich wieder da Bis gleich Bis gleich Wehe und lass mich irgendwo stehen, ey Stress, Mars Ciao Ciao Hättest du da noch mich dran gehangen? Ich hätte die irgendwo wiedergefunden, irgendwo im Busch oder so Ich bin echt mal gespannt, welche Breitarsch-Antilope jetzt diesen Scheiß-Beschwörer addet Ich wette Q Durch das Rollen Ja, ich auch Ja, ich auch Könnte natürlich präventiv sein, aber... Warte mal, wir können einfach schon mal hier Lee vorgehen lassen Na, na danke Komm, ruhig, ruhig, ruhig Ey, Lee, das ist schon noch drin dran, Monique, voll das, das ist so nicht so richtig Ja Effe weitermachen, jetzt kommst du gleich Jo Ja, ja, boah, es hat n... Irgendwer schafft's immer Bin schon drin Hätten wir aber, glaub ich, eh machen müssen, weil Q hätte ich hier nicht mit hell gekriegt Nee, nee, immer dieser Q Zzzzzz Hätts da nur einen blinden Sprung dort stehen lassen müssen Das ist ja okay Ja, genau Das hast du übrigens jetzt auch gemacht, wo wir so am Rande Oh, nee, 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 nee Me too Wir haben da kein Need drauf Ja, du Wieso? Lass mich raufren, das ist das Teil für die Rose, A before Genau Nee Hast du's bekommen Hab's doch Bitte Alles gut Von euch beiden habt ihr jemals am höchsten gewürfelt Dann hättest du's auch gegeben Ich find den Namen Fummel-Krapsch so geil Könnt ihr die erstmal grölen Wie geht der jetzt darauf? Weil ich hier grad sehe Der sucht nach allem Nach Asteria, DP, Atma Nach Boss Kennst du Fummel-Ampullerhaber noch nicht Fummel-Ampuller? Ist das das Auto von Fummel-Krapsch? Nein, garantiert nicht Ich häng in nem Bäumchen fest, Schnupf Jaja Weil du überall drin hängst, das ist echt ekelhaft Fast schon Und sowas sagst du zu deiner Ingame-Freundin Das ist irgendwie Hartlande, ne? Das musst du dir jetzt mal so überlegen Das musst du dir jetzt mal so überlegen Ich lass mich schreien Mensch, guck mal Ich muss gleich mal gucken Wie viel Speicherplatz das schon gefressen hat Das ist ja übel, was der wird Das scheiß Ding frisst Deswegen machen das macht so gerne Doch, machen macht's Ja, ich kann das ja danach wieder komprimieren, so ist ja nicht Aber ich muss ein bisschen aufpassen, nicht dass ich jetzt irgendwann Äh, gleich einen Rechnerausfall krieg Weil, äh, Festplatte voll Kein Cache mehr vorhand Ja, das macht's Ja, das macht's Ja, das macht's Ich guck mal nach Ich nehm ihn unsichtbaren Lift Ja 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 Hol'n, die Tiga Die Tiga Hilfe Auf das Gartchen Auf das Gartchen Ja toll, da hältst du's noch in Käfern Wenn wir so weitermachen Hier, bleibt mal hier, wir machen das scheiß Tor jetzt hier Auch mal eine neue Atemweise Machen die ersten beiden den Rest Lassen wir uns setten Ich geb Bock mehr drauf, dass ich hier entweder krepiere Oder noch ein scheiß Tor Irgendwann hat das ganze Wettnach nur noch sein Das sparen wir auch wieder auf den Zeit So diese 50-50 Chance, ob dieses Scheiß Tor nur killt Oder nicht killt Oder mich killt Oder einfach dran vorbeiläuft Die Mobs dann Und euch tötet Irgendwann Irgendwann Musst irgendeine Überbelastung Da ist Mikro-Sein draußen Ich glaub auch Es hängt nicht vom Mund Es hängt irgendwie unterm Kinn gerade Und wenn dann da Überbelastung kommt, ne? Das ist ein ganz schön Bart oder sowas Er weiß ja auch nicht Rauschbar 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 Aber immerhin Wenn ihr euch das Video dann angucken würdet Würdet ihr sehen Wie das aus meiner Perspektive hier alles aussieht Die meiste Zeit ist dunkelgrau Häh? 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 Was ist denn da hinten? Häh? Fummel-Krabchen oder sowas Gnä Ahnung Häh? Fummel such tatsächlich? Häh? 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 Naja, so wie ihr es verdienter Beversmaß Selbst wenn du dich gerne mal sehen, wie du E.ON aus deiner Perspektive siehst Alles dreht sich um mich Aber nur die Kamera Ich frage mich erstmal, wie lange das dauert es zu komprimieren, bei dem großen Daten Kommt auf einer, was es komprimierst Wenn du vielleicht ein Datei-Typ Wenn du so eine exotische Datei machst, geht es ziemlich Ja, eine exotische, ich mache da Ägypten-Datei draus Ägypten-Datei 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 Genau A.V. Ägypten-Datei Alles Ich kann das sowieso nicht mehr, die ganzen Koffeln, die irgendwie ausbrechen Ich will es mit dem da unten Danke, danke Ich werde auch ganz hohe Bitte Ne, danke, anke Zurück, zum Glück Ich habe mich so doof angeguckt, da muss jetzt dran bleiben Ich finde das auch komisch, dass es so riesig groß ist, die Datei-Menge, die du da aufnimmst Das ist ja schon besser, so einen kleinen Bildschirm an den Monitor zu packen, weißt du? Also eine Kamera Komm Komm Soll es nicht so viel rauchen, wenn du äh, ja, redest Klingt komisch Ich hab mir gerade eine Kippe angemacht, Mann Ja, das haben wir gesagt, du soll es nicht so viel rauchen, wenn du gerade kippen Aaaaah Ja, ja, ich weiß Und du bist zu doof zum Sprengen Ja, ne, ich kann meine Sprengen, ich kann meine Sätze nur einmal geradeaus rausbringen In dem Zeitpunkt habt ihr Zeit, mich zu verstehen, dann haben wir wirklich Informationen gelössert Ey, ist ja In der Zeit haben wir Zeit, dich zu verstehen Ja, das ist genau wie dein Programm Die Festplatte ist voll Marsch Ich hab dich doch nicht Ja, ich hab dich mit Absicht stehen lassen, Kuba Mit Absicht Oh, oh, miscu Wer hat gezogen? Die Ads? Nein, du nicht Aber ich hab versucht, dich dabei vorbeizuschleusen und dadurch hab ich gezogen Aha Das ist doch immer schlimm, schau Na klar, Ligretter würfelt es wieder Ey, was ist hier los? Wieso macht ihr den Film nur mit? Ich habe euch das mitgebracht. Also irgendwie, ich glaube, ich muss gleich 5 TS neu starten. Warum? Ich rate einfach mal, Q redet im TS, kann das sein? Ja, ich rede. Manchmal. Ja, du musst TS starten. Startet euch. Ja, mach ich. Gib mir am besten den Magieversteigungsstein wieder, den du befälschlicherweise abgeholt hast. So fälschlicherweise. Weil ich nicht weiß, dass du mit Magieverstärkung willst. Magieverstärken? Die ist Magierin. Sie ist Magierdingso. Ja, und? Ja, dann mach doch mal was, Afka, lol. Geh auf TP. Ich schluss dann reichlich aus. Wenn du denkst, dass es dir reicht. Oh, ich bin jetzt erstmal kurz nicht im Spiel. User disconnected from your channel. Du bist so manchmal nicht anwesend. Und fliecht ganz glatt. Achso, die schmeckt. So, immer Abwechslung von mir schoben. Hey, ich will. So. Was war das denn hier? Frechheit. Ja, das doch nicht. Ich hab's nicht, ne? Ne, ist meins. Ich hab's dir noch. Der nächste Christian Ansatz wieder. Fertig aus. WW. Oh, Dante. Ich hab noch keinen Drana. Ah, hier rückwärts. Ja, ist ja gut. Was auf, dass die Mobs nicht edit. Askarat hat alles geedit. Ich brauch nur noch 5. Kleine Kinder. Ich brauch noch 39. Kriegen wir die voll? Oh, oh, oh. 29 brauche ich. Ich brauche meine 5. 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 Kommt, ran mit euch jetzt. Ich hab' aggro und t-fall schon. Der Mage steckt? Ja, abwarten. Das war halt. Ich war jetzt.. Dringen heilig der Mage auch schon. Ich hab' abwarten. Ich kann das in manchen Situation sein, dass du mich auch nicht heilst. Also, ne, wenn ich sterbe, zum Beispiel. Abwarten. Abwarten. Weiß ich nicht, manche Kleriker, die neigen oft dazu, wenn denen das zu blöd wird, dass der Mage die Aggro zieht, äh, dann lassen die einen einfach verwecken. Wie man hier von mir drehen? Nein, ich will's bloß wissen, weil dann muss ich echt ein bisschen Acht geben mit dem Aggro-Pull hier. Ja, frag mal bitte Dante, wie ich damals seinen kleinen Mage geheilt habe, ja? Hier, Epoch, oder wie er hieß. Frag 10 Mal. Der ist mir nie bei den Käfern gestorben, obwohl er die ganze Zeit Aggro hatte, ja? Der hatte den immer. Ja, Epoch. Ja, Epoch ist doch ein anderer Char. Ja. Ja, das ist aber dann ein kleiner Mage. Das ist Epoch mit K? Epoch mit K, ja, das ist bei mir eine Religion. Bist du mit dem noch ab und zu online, oder hast du das Ding abgetreten dann irgendwie anders? Nein, Epoch? Wie jetzt was? Das ist nicht sein Char, ich nicht sein Char. Achso. Kuba, wo du sie wieder zusammenreißen? Verdammt mich. Ja, schreit die hier rein, jo. Wir haben Zuschauer. Fräulein. Live-Live-Stream in Eye and Online. Du willst jetzt aber nicht pullen, oder? Nicht, nicht die Idee. Ich wollte den, den Markus. Selbst wenn, bei Spiegelschild. Da war Spiegelschild drauf. Ja, ich hab das Spiegelschild drauf. Das war schon wieder runter und hab gesagt, das war's. Ein Spiegelschild. Quatsch, mein armes Geist herz. Du bist der Spiegel, ich bin doch hier in der Maus. Bumbert und Bumbert. Ne. Ich bimbert und bimbert. Ist bimbert oder ne? Bimbert oder ne, o Mensch. Was, was bimberst du denn herz? Bumbert, ist ja ekelhaft, ja. Ich hab Bimbert gesagt. Ach, Bimbert. Was ist? Ich hab doch nicht gesagt, Baguetteböden. Ich hab gesagt, Baguetteböden. Ich krieg Hunger. Das ist dünn. Dünn. Das ist heute dünn und klar. So wie ihr's mögt. Wie viele Trauner sind jetzt schon raus? Okay. Keine Antwort heißt ein weiter Traunerprobe für mich. Also ich hab jetzt, aus den Dingern, hab ich eine raus. Aus diesen. Ja, das ist es eine. Ich hab auch eine. Aus der Blume hab ich keine, aber Wayne darf meine haben. Danke, Dio. Ne. Nein, Ding. Warum darf ich die nicht haben? Sehr liebens. Weil ich bei 8 von 10 bin. Du darfst dann meine haben. Ich bin bei der zweiten von 10. Deswegen, ich warte dann bis Dante die nicht mehr brauchen, dann krieg ich nämlich seine. Ha. Und warum gibt mir keiner seine? Warum krieg ich nicht eure? Wenn du willst, geb ich dir gerne eine Probe von irgendwas von mir. Oh mein Gott. Kannst du dich ruhig Dante nennen? Halt die Klappe. Ich hoffe, der Livestream ist so der. WTF, Alter. Was macht ihr denn da? Kommt's, KF. LOL. Könnt ihr den Käfer pullen, ohne dass irgendwer stirbt? Nein, Dante, Mensch, du machst das richtig, hat alles richtig gemacht. Ich wollte schon ein App mitbringen. Der ist nicht drin. Doch, jetzt. Da kommt ein App. Oh, das ist ja der Ernst. Wir machen erst ein App. Als erstes ein App. Irgendwer muss den Käfer da beobachten, in dem wir laufen. Kann ich anrufen. Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Laufen wäre jetzt dran. Guckst du, ob es ein Scheiß geht? Ah, jetzt habe ich einen Target. Er ist doch auf jeden der Agro. Oh, mein Gott. Und. Ich kümmere mich um ihn nicht. Ist der drin? Ja. 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 Laufen. Ich bin ja. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Laufen Laufen Ganz schnell laufen Li Ich fühl's wie ein Kuschel Na klar Wie liebt es zu kuscheln Was sollte es eigentlich heißen? Gehst du mir fremd mit die fetten Tee von? Vielleicht Vielleicht kuschelst du zu wenig mit mir? Laufen Entschuldige, dass ich keine 5 Quad Damage an dir mache Schnief Stehe ich aber im Raum Sag mir das nächste Mal Baffe ich mich durch, hauen dp rein Geil, mein Dot hat gekrittelt Werde ich ganz freundlich für einen dp Laufen Löwen Löwen Löwenzäun Ne, Löwenzäun Löwenzäun Hallo Löwenzäun Und mach mal hin Läwenzäun 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 Und laufen Läwenzäun Läwenzäun nicht Läwenzäun muj dun Läwenzäun 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 Wir sind nicht wie sie Oh ja Sie ist유�ald ön Den hauen wir down jetzt. Ich weiß nicht, Char, ich versteh dich übel leise. Ja? Wir haben kein Schild für Dings. Ach so. Aber da ist ja auch ein Schott raus. Oder auch nicht. Ja, rotzt's um. So, das ist brav. Na, wenn die Kamera läuft, könnte wenigstens was drin sein. Stoff und Schuhe des Anohard Legionnaires. Aber die sind für mich FFA. Ich weiß nicht, wie es mit Charles steht. Die blauen Dinger. Ne, die brauche ich nicht. FFA. Alles klar. Wir hatten jetzt alles schon Cash Loot. Ich nicht. Ich auch. Das wird eng, das kriege ich. Ne. Aber im Mars hab ich schon mal drüber gewürfelt. Zwei Cash Loot hab ich schon. Also das ist jetzt das dritte. Solange der Kiefer an dir vorbeiläuft, ist alles gut. Ich schau mal dir mein Evade rein. Ja, aber auch. Aus deinem Gerät rein. Mein Evade? Mein Gerät. Oh, du hobbeln damit. Du bist bescheuert. Ey, das hat Asgard gesagt. Ne, ich. Laufen. Ich kann euch jetzt aus suchen, wer der Wahnsinnige ist. Ach. Ihr seid doch alle wahnsinnig. Na und? Ich bin der einzigst Normale hier. Na klar. Ne, ich will das oft genug sagen, vielleicht klappt das irgendwann. Habt nicht. Habt nicht. Bist das nicht. Habt es auch noch? Resist es nicht. Häääähäähäähähähähähähähähähähähähähähähähähähähäh. Würdet ihr mich bitte versuchen zu heilen? Nö. Würdet ihr mich bitte versuchen zu heilen? Jeder macht was. Man. Alter. Ich mag den Käfer. Du kannst mich mal. Ey, der muss jetzt sich immer noch sagen. Das ist einfach mal. Preistaste. Da ich irgendjemand das Häufchen enden würde. Das ist nervvoll. Meine ganzen Waffen-Scheißdinger. Ich hab nicht mehr so viel mit, ey. Nimmst du eigentlich schon auf aus deiner Perspektive? Ja. Ja. Das ist schon scheiße. Oh. Ich kann nicht mehr. Das könnt ihr euch nachher alles mal angucken. Ich versuche das so schnell wie möglich zu bearbeiten. Das Leben eines Mages. Ja. Das ist schrecklich. Da musst du aber noch so ein paar Clips mit 4K-Marmelade reinschneiden und so. Ja, na klar. Und laufen, laufen. Rind weg. Oh Gott. Die Liederkupie. Die Liederkupie. Die Liederkupie. Ich hab dich auch gern. Ja. Warum auch. Lass ich laufen muss. Ich sag doch laufen. Ja. Ich hab nichts gehört. Ja, aber ich bin verabredet. Ja, weil die ganze Zeit labern, ey. Na ja. Ich hab den. Ja. Und laufen. Ja. So. Ja. Ja, ich hab den. Ja, ich hab den. Ja, ich hab den geflogen. Ah, ahem. Oh, Mars macht keinen Stress, macht euch keinen Stress, macht euch keinen Stress. Wir finden auch keinen Stress, machenヒlers... We quality our' full up. Da are you too. Oh, not any buff. Hey, im Osten, in Niedersachsen, ihr wisst das doch. Ja, unsere liebe Zuschauer, in meiner Ansicht ist Niedersachsen ten auch im Osten. Na, natürlich. Wie er sich mitteilen will. Hatten wir das, denke ich, schon mal? Ja, das hatten wir heute schon mal. Ist immer nicht FF-Bahn. Jetzt krieg ich es aber. Naja. Ja, du, gut, dann ist der nächste, wenn noch mal was kommen sollte für mich. Ich krieg wahrscheinlich wieder bloß so'n scheiße Ring ab oder so'n Kram. Mach den alle hier vor, wie ich jetzt kommt, um meinen Drahter zu klauen, ey. Haben wir noch ein Dings? Ja, ne? Ja, dann pause ich noch mal. Oh, der Käfer. Oh, sieht, da kommt ein Pfeil. Wir nennen es Pfeili. Pfeili. Bisschen zu weit, würde ich sagen. Ist da auch eine Pfeife. Pfeili. Pfeili, Pfeili, ja. Wir können jetzt hier was von denen ist mir scheißegal, was die anderen überstecken. Aber ich habe keinen Spaß, wir haben den Weg. Nur ein bisschen schnell. Wer ist denn da noch da? Mal sehen. Mal sehen. Wollen wir gleich sehen. Und? Ne, doch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das klingt auch leicht französisch bei euch. Keine Ahnung. Ein verbietscht noch mal. Ja. Ein verbietscht noch mal. Äh, verbietscht. Natürlich. Verbietscht. Das ist ja bisch. Ein verbietscht noch eins, oder? Wie hieß denn das? Ein verbietscht noch mal. Ipsch. Wiebscheiß. Ja. Glauben. Und jetzt schon? Auf geht. Ich sag's lieber vorher als nachher. Ja, du kannst aber über zwei Sekunden rennen, Dante. Ich kann stehen bleiben. Ich gebe no idea. I have concentrated on the ausweiching. Ich muss dir das dann irgendwie angucken. Ich brauche dich jetzt überraschend. Was? Was musst du? Das angucken. Das Video. Oh, weise. Scheiße. Ich hatte gerade mal alles die Idee und das war nie gerannt. Ich denke, du konzentriert ist ausweiching. Ja, das hat er auch. Oh, Ilo-Trilogie. Get resisted. Ach, das scheiß Teil. Machst du. Überleb. Alter, du. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. You check. Wer läuft denn mit dem hier im Kreis? Genau wie gestern in der Arena. Mit den T-Shirt, das ist sowieso geil. Gestern in der Arena haben wir uns beobachtet, wie ein Traki von einem Schulag-Piraten und ein Fungi hier. Ich fand das nicht lustig. Ich fand das nicht lustig. Ja schon. Laufen. Wieso warst du einer von den dreien? Ich war der Traki, hinter dem alle hinterhergelaufen sind. Ach so. Ja, wollte alle den auch speisen. Es ging auch nicht so ganz, dass ich den Laufrund reingeknallt. Aska war der Schulag-Pirat. Das war der Schulag-Pirat. Nicht. Noch nicht, ne? Äh, kann der mal einrasten? Oh, ich muss das mal aufhören mit Lachen, wenn du alles wehschern. Ach, das sind meine Gesichtsmuskeln. Ich kann irgendwie bei einer Unterlippe, kann ich dann hier Gewicht stemmen. Hast du gesagt, selbst deine Gesichtsmuskeln? Wenn du lachst, dann muss ich deine Unterlippe durchfassen. Was? Wenn du den Mundwinkel denkst, sei doch auch mal kreativ. Ja, ich bin kreativ mit dem Mund, oder was? Lachen. Das hast du jetzt gesagt. Ich denke dabei nur an dich. Ich mag das, was auf Winklitz und schreit. Ich kann hier. Hau'n wir um, oder? Ja. Ja. Oh Gott, evade. Angst. Was, evade? Nur evade angeschlossen. Ja, das kann man nicht sein, oder? Nichts ist drin. Ach, das hast du ganz schnell in der Hexel gesteckt. Gibt's zu. Die haben, die haben die, die haben noch die, die Erbeutung hier, haben sie alles hochgestellt. Merkst du das nicht? Ja, total. Merkst du das? Epische Luft wurde hochgeschraubt auf 10% pro Loot. Ne, wir nehmen das ja auf. Wenn, 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 sobald wir die Kamera ausschalten, kommt der Gold noch drauf. Ne, jetzt könnte E.ON ja zu, äh, NCs oft zugucken. Und dann können die sagen, oh Gott, die haben einen Golden Drop bekommen. Wir müssen das wieder runterstellen. Dann kannst du ihnen zeigen, es droppt nix. Nur scheiße. So, ich mach wieder Pause, bis zum nächsten Mal. Vorwürden. Vorwürden. Ist jetzt schon? Ja, na, dann muss doch nicht immer gleich abrupt der Boss da sein, oder? Na, wieso? Bumm, 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 Bumm. So sieht's aus in DP. Boss, 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 Boss. Boss, 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 Boss. Ey, aber ohne Scherz, Mars, schneid da mal so zusammen, dass du aus jedem Run, wo Gold droppt, das da reinschneidest. Dann sieht's so aus, als hätten wir was, was ich, 200 Gold drops da drin, das wär geil. Man sieht nicht zufällig, dass andere Mitglieder dabei sind, ne. Quatsch, dann schneid's einfach raus und kopierst es da rein. ja na klar ihr überklebt dann auch die Namen und so ja ich überkleb die Namen steht so Mara so mit gelb auf grünem Hintergrund oder so er guckt sich noch den Scheiß so lange an oder wer kann looten ich bestimmt wenn ich Langeweile hab und Armut esse oder so dann zieh ich mir den ganzen Scheiß nochmal rein looten ich kann ich kann ich kann ja dann zeig ich mir was drin ist Lederwams des verrückten Wissenschaftlers und was ich auch wie ich auch ich hab noch kein Cashloot ihr Arschgeigen ja aber wegen Design ja wegen Design lass mal bitte liegen und gucken ja dann kriegst du meinen Scheiß ja definitiv ich will mal sehen ja dann guck's dir an achso ich muss hier weg ja warte ja ist ja gut main ich geht alter Schwebe ey das kannst du geschenkt haben ich will auch gucken das kriegste mega hässlich ey das müsst ihr euch mal anziehen warte mal das müsst ihr euch mal anziehen ich will auch gucken das sieht ja echt eklig aus das sieht ja echt eklig aus ich will auch gucken du kannst auch weiter kommen wenn du weg bist mega hässlich ey das ist bei ner Frau magst du auch gut aussehen nett bei mir sitzt nett gut aus absolut hässlich ey maus kannst du haben wirklich geschenkt zu echt haben danke ja hallo ey ey wer hat nis okay Cashloot was hast du noch nicht angeguckt ich hab's noch nicht gesehen ja dann gib das kurz LD dann kannst du sich das angucken nein lass mal achso hannel nicht wirklich das wusste ich nicht hab glaub sie hätte schon reinge guckt alle hatten doch reinge guckt eben na kleine ligretta hat man ihn wieder nicht gelassen bei dir morally sieht's aber gut aus das ding ja weiß nicht sieht scheiße aus scheint irgendwie so ein genie aus obwohlne du hast dann solche extremen ballonghosen das sieht aus als hätte dir immer keine ahnung und grose ballis reingesteckt paar girl's das sind ballonghosen das sieht auss wie Als ob die einer Ballons in die Hose gesteckt wird. Dünn und flach. Die Vigoswitze. Hallo Vigo. Ich kann nicht schweigen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Hat mich jetzt selbst so schweigen gebracht? Dante, knochen mich weiter drauf. Danke schön. Krieg ich übrigens nochmal Buffs oder? Buffs sind überqualifiziert. Na, vorm Boss kurz bedenken. Danke, danke. Überqualifiziert? Überbewertet. Überbewertet, du. Sau überqualifiziert, Dante. Danke. So, kurz wecken. Ach, scheiß drauf. Meine Freunde, ich hab euch gar angerufen. Ach, egal. Hoffentlich seht ihr das Video nie, wenn ich das sage. Aber warum sitzt denn du in mir drin? Du hast dich nicht reingesetzt. Der, du bist leicht zu übersehen. Ich bin so reingerutscht. Keine Sorgen. Ist ja putzig, wenn ich mich im Q draufsetze. Mal sehen. Ui, dann bin ich weg. Du sitzt aber vor, immer. Entschuldigung, der sitzt sich drauf. Pass aber auf, dass dir dann mein Bogen nicht irgendwo rein sticht. Da steht er drauf. Schon 16.6. Der ist ja putzig. 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 Geh runter von mir. Ey, du bist so groß wie ein Schwert von mir. Das ist ja niedlich. Super. Stell dir vor, ich muss dir mal meine Asser zeigen. Wenn die das Schwert trägt, ist das Schwert größer als die. Jetzt wurde er proportional größer zum Schauen. Ja, ich weiß. So, Leute, lasst uns weitermachen. Wir müssen uns tilten. Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich habe tierische Angst. Ähm. Schau, du kannst übrigens ruhig deinen dicken Geist holen. So, geht wieder. Okay, jetzt. Okay. 3, 2, 1 und Asker. Was? 3, 2, 1, Asker. Ohne AOEs, denke ich mal, ne? Ohne AOEs, denke ich mal. Ja, natürlich. Naja, der Halt ist ja spannend, wie ich euch kenne. Ey. Danke. Ja, ich bin ja der einzigste Winz, der tot ist. Ohne AOEs ist irgendwie immer zu potten. Oh, ey. Der ist down. Ich sehe das jetzt erst. Ja, natürlich ist der down. Die Viecher sind da. Nichts machen. Ich retz dich nicht mal nicht, Dante. Ja, ich habe keine Zeit dafür. Ich auch nicht. Wie würde ich mal so gesagt haben. Ich habe keine Zeit zum retten. Ich retz ihn schon. Ich habe hier genug Spaß am Heilen alleine. Macht das Spaß? Absolut. Ich heule gleich. Ich habe tierische Angst, aber... Du heulst gleich. Ja, ich heule hier echt gleich. Ich schaff's das schön. Halt durch. Ja, ich heule mich. Oh, scheiße. Oh, wir haben es noch. Ja, ich schreib gleich, schau doch. So, gut. Da ist Asker gerade nicht vorbeigeflogen. Ich muss Flugmeilen machen. Wie helfen solche vierfliege Ohrringe? Äh, Meilen. Verboot. Ja, hoffentlich hat der jetzt mal was der Arsch. Ja, ich bin für die Ohrringe. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich die so seltensten. Ja, deswegen. Langsam müssen wir aus Goldens kommen. Ich glaub's nicht. Ich werde jetzt schauen, es kann looten. Wie schnett. Oh, ja, hier ist ganz viel drinnen. Ey. Kann man nicht wahr, Stein. Jetzt seht's mal so. Wir haben schon alle unsere Käse. Ich weiß nicht, ob das effektiv ist. Wir haben unsere arme League weiter schon total verschüchtert. Ich muss ja alleine diese kranken Leute erweckern. Ein Mage-Tank-Ladier und Assert zu tanken. Gar nicht wirklich ganz einfach zu heilen. Seit wann haben wir Glückleid? Ich will mich einschleimen, Leute. Ich will mich da nur rumkriegen. Ich will mich da nur rumkriegen. Rumkriegen? Was? Hab ich schon. Will mich niemanden nexern? Außer als Rauche. Oh, MP85. Ego, der los ist. Ich will das irgendwie. Ich will das irgendwie. Ich hab die letzten beiden schon wieder mitweilen. Wollt ihr keins. Nö. Das war mir eigentlich generell nicht. Von daher, bedien dich. Und dann nehm ich's mit. Das ist aber ganz gut, dass er mich auch holen kann. Vielleicht brauche ich's irgendwann mal. Ach ne, Blitzenpunkte. Hm. Sipstkauf. 40 kochende Ballonflängen. Wenn er jetzt noch die Hose schafft. Ja, dann fliegt er aus als Ö. Ich hab mir schon gedacht. Kann nicht sein, was der für Glück hatte mit sich. Eins dann so. Nö. Tschüss, Uniorom Maus. Wieso mit viel dauernd Speedwaffe. Warum ich so viel Damage mache? Aska. Klub. Ne, Aska. Tot mit Ansage vom Clearing. Er hat doch Klub gemacht. Ja, das kann doch nicht sein, wie viele heute umfallen, äh. Was ist denn los? Was ist denn los? Unkonzentriert. Ja. Ja, ich hab grad meinen Zeichens zu spüren, wobei die Edelme hat. Ja. Was ist denn? Ich habe eine Ska-Ska-Ska-Ska-Ska-Ska. Ich hab ihn nicht überrascht, die ich mich Murat nie hinterlassen kann. Entschuldigung. Sie haben das viele andere Gute. Das ist neu, ja. Brauchst dich jetzt gar nicht raus, ey Ja, schön, dass du wieder der Akku Außerdem hast du dein Buch, der Arm-Tirt schon hier geplussed Also gestackt Ich hab erstens kein Buch, sondern ne Kugel Und geplussed hab ich das auch nicht Äh, verdingst ja, verbunden Na, ist auch schon gestackt Ja, hab ich, ja klar, muss ich ja auch Machst du jetzt einfach von dem Fernsehschaden mit dem Bogen, pö Tch, in der Halt, machst du drei Schüsse mit dem Bogen als ausmachen Ach, boah, ich krieg nie das League-Weather so gut, find ich denn Hehehehe So viel Damage haben wir gar nicht gefahren gerade, ich hab gesleept nebenbei Ne, das Sleep macht nur extra Damage Äh, Akku Sleep macht Damage Ja, ganz viel Ich bin müde Es ist, guck mal wie früh das noch ist Es ist gerade mal 3.45 Uhr Wie spät? Ich bin heute früh um, ich bin 3.45 Uhr Ich bin heute um 7 Uhr aufgestanden Oder einfach, also guck mal Los, gut Seid ja klänz Monopolys hier ne? Oh, ist ok, ist Monopause-Games, was schädlich ist. Und Lee geht mal alles. Oder du bist schon wieder deprimiert. Also noch bin ich da, von daher. Aber lieb von dir. Was? Das ist du Spass. Was? 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 Ich glaube noch mal nicht. No so sweet. Ist das wenigstens alles voll? Also hast du die Dinger letztendlich voll? Oder habt ihr schon welche gekauft? Bis jetzt noch nicht, aber jetzt müssen wir alle haben, wir brauchen. Einen hat der Afka schon und einen hat er jetzt vier, den wir bekommen. Ich habe einen bekommen und man braucht drei, also wir müssen jetzt alle haben. Wir müssen alle haben, drei. Und genug Stubb macht ihr auch, weil ich könnte euch schon mal beisteuern und sonst. Weil es mal als Fehlgeld ist nicht ganz. Horn habe ich jetzt 151. Wie braucht's? 147. Was ist das, du? Du bist das Nächste. Du musst dann wieder gucken. Was ist das Nächste? 152. Horn. Leul. Zwei Mal waren wir schon, war eben auch nicht schlecht. Na sie lohnt, ja. Ich will doch nur der Kleine. Ich will schütteln. Dante schüttelt drauf. Also irgendwie, glaube ich, habe ich gleich einen Kleinen-Crash hier. Wie sieht das? Das merkt hier gerade schon mehr so schön. Es ist ungünstig, so was. So geht es? Vor allem, wenn man so einziger Heiler ist, ne? Mach uns. Ja, mein Herz voll in dir. Hm. So ist noch so, wie Star Wars, sowas. Deswegen bin ich schon die ganze Zeit so ruhig. Oh. Seitdem mal Habatau. Oh, mein kleines Putt-Put. Ne, Tuk Tuk. Du hast Tuk Tuk. Warten Putt-Put. Putt-Tuk. Schluck. Putt-Put war, glaube ich, mal hast du. Putt-Put war, glaube ich, mal hast du. Putt-Put war, glaube ich, mal hast du. Und Putt-Tuk war, glaube ich, Q. Ja, aber nicht ganz kurz, ne? Ganz sicher. Was war da ein Tuk-Put? Tuk-Put haben wir noch nie belegt. Aska, meldest du dich freiwillig? Äh, ne. Ich bin dein Tuk-Tuk. Du bist Tic-Tac. Tic-Tac. Cool. Ich bin dein Tuk-Tac. Was für ein Käfer? Ein Brüllkäfer. Ich will dir jetzt nicht noch einmal Fruchtfliegen. Ich dachte, du machst noch Fruchtfliegen. Fruchtfliegen. Boah. Alter. Was? Was? Keine Ahnung, hier rennt die ganze Zeit gegen so eine blöde Stufe auf einmal. Stehe ich unten, dann stehe ich wieder oben. Och Schnee, heute darf ja kein Damage machen. Du darfst doch rein. Aska, du kommst jetzt nicht vor, dass wir schneller gehen. Ich will nicht immer die ganze Zeit hin. Ja, jetzt entweder mir hier auch noch rumspringen. Oh, ne. Bleib hinten, du beschützt die Dings. Lass dich. Beschützt die Healer. Oh, das ist alles beschützend. So, Maus, ich habe dich lange genug antanken lassen. Platz in Hitzeit. Na, das erste Stück ging so locker flogig. Boah, dann ist er leicht müde. Das wäre erst leicht müde. Ich. Ja, frag mich mal, ich gehe jetzt in die ganze Zeit rum, wie sie in Wagen. Nee. Ich bin schon wieder heil raus. So eine Schiffstilfe. So eine Scheißheit. Warum kann die so blöde, feuergeistliche Stunt gesleebt oder gedingst werden? Das ist doch gut. Na toll, na toll, es macht ein Ding jetzt, so. Dann wird Tennis gespielt. Ne, so kann man es liegen, man es dann. Ja, aber nicht vieren. Vieren kannst du, feuergeist auch. Na, aber warum hat er dann ja ab? Ganz einfach, weil den... Viers nicht so jucken. Ein Vier, da steht da einfach nur blöd rum. Die laufen nicht. Das ist das Hütte an Geistern. Aber was ich auch dazu sagen, Beschwörungsgugeln treffen wir nicht. Ja, das ist nur noch praktisch. Diese Dinger explodieren nur an NPCs. Das ist genauso wie zum Beispiel die Falle in Atma in der Mitte. Die wird auch nicht durch die Geister ausgelöst. Nur durch Spieler. Ich glaube, da würde ich sonst den Nini wieder in SM mitnehmen. Weißt du genau, wirst du, dass das Ding auf 100% edit? Oh, nee. Stoffschultern in blau. Ne. Charlotte. Hä? Was für Stoffschultern? Welche? Stoffschultern in blau. Ne, hab ich schon. Jetzt haben wir alle Cash mit gehabt, ne? Ja. Ich wörfe jetzt. Wow. Das Haufen glänzendes Trotz, man. Prostschultern. Der hat es wirklich gebaut. Wahnsinn. Guck dir das mal. Da gibt es noch eine Geschichte zu, ey. Soll ich das quillen? Ja, mach. Äh, also der hatte das früher getragen, das Großschwert. Und was wollte er damit machen? Er hat es entzaubert. Und er hat irgendwie nur so einen Scheißstein daraus gekriegt. Er hat einen Scheinstein... Scheinstein. Scheinstein. Einen Scheißstein rausbekommen. Und dann hat er den Support angeschrieben, von wegen, ja, das war ein Perseen. Und er hat das zurückbekommen und es war nicht seelengebunden. Jetzt kann er es ja verkaufen, weil es nicht seelengebunden ist. Nee, oder? Doch. Er hat da voll den Support verarscht dabei. Kloster uns mit Paralyze. Hm. Die Gottstein war halt vorher auch schon drauf. Ist halt wieder drauf. Nur halt, es ist nicht seelengebunden. Jetzt verkauft er. Weil er sowieso D-W-Gladen hat. Und es will er mit Großschwert jetzt noch. Nein, das ist ja echt böse. Hm. Ja, gut, aber wenn du nicht glaube, bist, warum nicht? Ich würde es auch nie anders machen, muss ich mal so sagen. Ich hätte da ruhig ein bisschen zu viel Schiss vor, dass die dann sagen, nö, machen wir nicht. Ich habe recht gehabt, den Sinn. Ich weiß nicht, ob das wirklich so von ihm geplant war. Nö, nee, er wollte eigentlich nur gucken, was für Steinchen rauskommen. Und dann hatte er so die Idee, hey, ich kann ja mal den Support anschreiben. So blöd ist es nix. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Stimmt. Ich hätte glaube ich nicht dran, hätte ich mir wahrscheinlich in den Arsch gebissen und das war's. Jupp, ich auch. Man muss die Möglichkeit wirklich nutzen. Eon ist ja nicht gerade ziemlich freundlich zu uns. Ich glaube, dass wir sich da überhaupt drauf eingehen. Weil so schlecht ein Support hätte. Ja, wieso? Die denken sich auch, die paar Hanseln, die jetzt nach Eon spielen, die müssen wir beibehalten. Na ja, meine Handschuhe wollten sie nicht tauschen. Oder meine Hosen, oder sonst die. Die sagen, ja, das war der falsche Drop. Der Mob hat das Falsche rausgerückt. Boah, Papa-Gottstein für 30 Mille verkauft ja immer. Das Lustige ist, willst du wissen, was er für sein Schwert haben will? Ne. Äh, ja. 80. 80. An sich ist es eigentlich mehr wert, aber es würde ja keiner kaufen, deswegen. Das ist eigentlich über 100 Mille wert. Ich glaube auch nicht, dass das überhaupt einer für 80 Mille kauft. N-n-n, ich glaube ich auch nicht. Er ist schon runtergegangen auf 50. Aber trotzdem. Ich finde es vielleicht. Übertrieben. Wie, alle Preise, Jun. Ja, stimmt. Aska, warum kommst du eigentlich bei dem hier nicht mit ran? Das verstehe ich überhaupt nicht. Der macht nur Damage, Manny. Ach so. Und genau wie der hier. Und die machen allen Mobile Damage. Ich dachte, der schickt mir noch so ein Teechen ein oder so. Oh, ein Teechen. Ein Teechen. Buffs, please. Die ganze Gruppe pendelt gerade übel ein. Danke. Hängst du jetzt eigentlich euch wieder auf? Ja, schon die ganze Zeit. Ah, schön, dass die Geschichte damit drauf ist. Ja. Das ist wohl so ein Teechen, das wir rausschneiden müssen. Warum? Beschwer du dich doch. Äh, ist egal. Ich fäng jetzt Anne. Fängst du ihn. Ha. Und instant wieder hochgeschafft sind. Bäm. Wieder auf mich stehen. Ich bin aber dann irgendwie nicht so dafür, dass wir das Video online stellen oder so. Nee. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann kriegen wir nämlich nie wieder irgendwie Randoms mit rein, wenn uns Leute fehlen, etc. Dann kommt ja keiner mehr mit uns mit. Weiß ich jetzt, was für Freaks wir sind. Und was Dante quatschen kann, dann kommt keiner mehr mit. Der Mars wird das auch nicht onstellen. Das will ich auch machen. Nee, wie will das machen? Das sind über 20, 30 GB. Das kannst du ja komprimieren, das ist nicht das Thema. Das musst du mal irgendwie auf Zeitraffer stellen oder so. Und dann die ganze Zeit Dante ist Gelaber dabei. Gelaberlein. Ja, genau. Ja vor Anwar Ja vor Anwar Deswegen hab ich vor Mein Magen verdaut mich gerade Das Gefühl der Magendurchbruch Das ist uncool Das Gefühl der Magendurchbruch Das ist scheiße wenn das sich selber verdaut Das macht keinen Spaß Ich trich schon die ganze Wasser Dieses hier Ne Kohlensäure Kannst du hast das Magenbrennen Sodbrennen Magenbrennen Du musst Milch trinken bei Sodbrennen Ich hab jetzt hier keine Milch Ja das ist Ich hab Milch zuhause Das ist Grundnahrungsmittel Ich mein auf Disney im PC Ich hab Bier zuhause Das ist für mich ein Grundnahrungsmittel Was Ey alter Das ist zwar ein Fail man Das ist der Wahnsinn aber echt Tja Alle dürfen sich bei Kuba bedanken Ja Sehr Der wird da Was kann ich dafür Alles Du hast aufgenommen Ja Mars Du würdest nicht glauben Aber bei meinem letzten waren 3 Asserteile drin 3 goldene Ja Wie gesagt Das ist bei jedem Ach das ist völliger Das ist auch völliger Schwachsinn Dass einer aufmacht und dann immer Was weiß ich Das und das droppt Oder das und das droppt Ich denke mal es ist schon so Wenn jetzt Leder aufmacht Dass mehr Stoff droppt Oder sowas Das ist schon so Kann ich mir schon vorstellen Aber ich glaube nicht Dass irgendeiner so eine ganz tolle ID hat Und der andere eine totale Drecks ID Hat man ja bei mir gesehen Hat man ja bei mir gesehen Also mich Hat man ja teilweise angebläht Dass ich die ID immer aufmache Weil zweimal hatte ich wirklich Eine richtig gute ID Und Die letzte hast du auch aufgemacht oder? Ja bei der dritten ID Ja Da kam irgendwie ein goldenes Kratz mal raus Und das war Deswegen also Das wechselt sich immer so Ja pass mal auf weißt Ab und zu habe ich eine echt gute ID Das geilste wäre jetzt Der ganze Run ist nichts gedroppt Und jetzt droppt der B-Rod Boss Irgendeinen Scheiß Dann wärst du ja wieder okay Jetzt kommt ne Waffe Jetzt kommt ne Waffe Nee jetzt kommt deine Waffe Nee jetzt kommt deine Wurst Pass auf Ja das wärs natürlich auch Natürlich auch viel Ich glaub dann würde ich mir von dir Irgendwie so ein Plüschtier holen So ein Plüschtier zum Kuscheln So ein Plüschtier zum Kuscheln Und ein Cube Gibt's nicht Leider Eine Gamecube Spongebob auch wieder Spongebob 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 Ja Spongebob Spongebob Was? Ich hab nen Plüscht Spongebob Spongebob Und ganz lang Nase Hä Nein Nicht wie deine Freundin M-m-m Na und wo hast du denn Ey das Bäufer ist nur 30 cm hoch Du bist schon mal 50 cm lang Na das ist 50 cm lang Du bist schon mal 50 cm lang Das ist 50 cm lang Was plickst du so ins Mikro? Ja Ach wie cool da hat er die Jail Ach ne Ne ich hab neu geschnackt Oh ja und dann müssen Hoffentlich dass das nicht mehr ganz so lag Unsere Arbeitskollegen haben vor Jahren eine Maschine drangeschrieben, dass sie nach jedem neuen Einstellten resettet werden soll Aha, hab ich's nur bepisst Können wir los? Also meine Kreata Die Kreata muss noch Mana und so Ist doch fast voll Boah, lecker, Junge, das wollt jeder hören, ey Fluppe, 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 fluppe Er muss doch aus dem Druck trinken, Mann, das hat nicht jeder, das Glück Lass dir so einen Druck da stehen, ey, stell mir das gerade vor, ey Warte, du musst dich verschlucken, ey Leute, jetzt geht's weiter, ey Oh, alles gut jetzt, können wir jetzt loslegen, oder? Mh, mh Sachko, los, mehrere drei, lass dich umkloppen Dante, du heilst mit Dante, du heilst mit Tante, du heilst mit Tante, du heilst mit Wirklich der Geschörer gerade hier Schild runter machen Echt Was ist mit dem Schild das nicht? Vier Es geht wesentlich besser wenn das Schild da drin ist Nein, wirklich Ja, hab ich es gerade noch mal gemerkt Und eine Hypothese aufgestellt Hypothese der Hypotenuse In der Pampelmus Seitlich im Quadrat Hoch 3 mal 4 Mal 3 Viertel 8 Jetzt kommt er raus 5 von 10 Na, es ist 5 bevor 3 wird klar Wie spät ist das? Na, küsse folgen euch Folgen euch Wer weiß es? 40 nach 7 Siehste? Siehste? 40 nach 7 Ja 20 vor 8 Wie sagt ihr dazu? 15 vor 8? 20 vor 7 Quatsch vor 8 Ja Ja Na, Aska Wer kann denn hier keine Uhr lesen? Das sag ich aber 3 vor 8 Sag ich einfach Schon alleine dieses Einfach Ja Ja Ich denk einfach Wenn du mir irgendwie nur Uhrzeit sagen willst Ja, da kommen bei mir nur Fragezeichen auf Wenn du mir irgendwie erzählen würdest Hey Digretta, lass mal um 3 Viertel 8 treffen Wenn ja Ich bin 19 und 45 Wo ist da ne Problem? Weiß ich auch wie 3 würde so schwer zu verstehen 15 30 45 60 60 Es ist halt Ein Viertel, ein Halbes, ein Dreiviertel, ein Ganzes Das ist Mathematik mit Prozentrechnung Du guckst auf die Uhr nach Es ist ne Uhr-Kadamu Du machst aber schnell Prozentrechnung, wenn du auf die Uhr guckst Ja Ich sag dir den Prozent ab morgen an Es ist 75% noch F Oh, mein Ohr ist gedauern Ach du es, scheiße Danke Das ist ja alles ganz nicht Nicht ganz so einfach, ja? Ja, ich Alleine Ich halte die Klappe Hm Ja, ganz tief Nicht lange, aber ich halte die Klappe Bis du da unten ist Leute, mach damage Ich kann nicht mehr Du lachst, ich muss so leben Schnell ist es nicht Echt Grenden ist raus Na, jetzt fällt er noch Ja Ja Alles klar Ja 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 Das ist echt Schnell Was sein Das Gold muss ein B-Bus sein Aber FFA, oder? Ja, ja, FFA Ja Ich finde es ziemlich verwunderlich irgendwie, dass wir es doch noch zu einem B-Run geschafft haben Bei dem ganzen Blödsinn, den wir gemacht haben, zwischendurch mit Verrecken hier, Polen da und so Bei den Beeren hast du doch mehr als genug Zeit, hast du nicht so viel Jo Hat das mit Polen zu tun Polen? Oh mein Gott, hat sie gesagt Polen Verrecken hier Polen da Verrecken hier Polen da Überall die Polen, ja Kann man das Gold entklaut? Ja, das ist es Das wird es sein Ja Leute, lasst reingehen 5-5 Minuten rum, sind schon Angst davor Ja Hör mal Rinder ein, die gute Stube Ich eröffne nie die ID da drin Ich bin nie bekloppt Ich? Ja Ah, die Kretter hat eröffnet, glaube ich Da sind wir noch mit, der ist gleich Ding und Zock Komma x5 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 Jetzt können wir Das ist ja gut Ich bin's ja fast so spiegengeschön Ich bin's ja fast so Aufgedreht und Dings Fair Aska Aska, ich mach hier keine Scheiße Dante sagst du an? Ich muss nicht mehr in Ruhe sterben hier Asker Oh, Asker Oh, Asker Magma Geist Muss ich den auch heilen? Ja Ich heil den größten Teil schon selber Spiegel-Schild Dante-Schild 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 Ich könnte mal ne Heilung gebrauchen Na irgendwie können gerade alle ne Heilung gebrauchen Und so was geht Doe Jesoppa Oh, dann doe Mit dem Ackmageist wurde an Aber ansagen kannst du trotzdem noch, ne? Ja Böse So will ich ein paar retzen? Machen wir halt kurz ein bisschen Warte mal, ich retze und ihr mal Ich retze mal dann, dann muss ich noch einmal Ich schwäme Ja, wir haben hier Asker Ja, wir haben hier Asker Ich schäme Sag doch einfach ein bisschen Namen bei uns Ich verstehe nicht schon Spiegel-Schild Dante-Schild Sorgst du weiter an Asker? Jungs Baum Q, du stehst zu weit links Deswegen gehst du so viel Damage Ja Dante, du genauso Du kannst halt besser, ja, he? Ich steh vorne, hahaha Ja, aber du kannst auch immer zu uns Mars Spiegel-Schild Muss ja die ganze Zeit Damage machen, die Asker Asker Ich vermisse jetzt Dante He, ich war doch gar nicht dran, Jettel Toll Das hat mir ja ein anderes Ansagen, hab ich gerade gesagt Spiegel-Schild Na süßte So klingt das so ein Messer Machen Baum Charlotte Jäähne Baksch Jäähne Spawn Ich baue Charlotte Was? Maas Entziehen 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 Ich habe kaputt Ich habe kaputt Ich habe kaputt Ich habe kaputt Ok Aska Ich habe kaputt Doch! Die Gretter! Oh, es da ist dann! Sind die Ads dort? Äh ja, die beschwinden am Traum zum Glück! So, erstmal retzen, dann auch... guck ich rein... Ich geh' grad zu die Mage-Perspektive hier... Was bist du, gespannt auf die Mage-Perspektive? Ja, die seh' ich gerade... Wie siehst du die denn? Ey, ich würfel's durch so... Alle grau und das Dreh ist doch... Ekelhaft... Cash Loot... So, Ende... Scheiß Run... Nichts Goldenes... Scheiß Run, ja... Naja, muss es auch mal geben... Warum war's gar nicht bei uns? Hm... Du hebst die vier zu oft, das ist das Problem...